Moin Leute, heute willkommen mit der Minecraft Adventure Maps zu einer schwierigen und längeren Map. Ey, hör mal auf. Macht von Hupixel und zwar Wrath of the Fallen, kennt vielleicht ein paar. Hupixel macht echt geile Maps mit ziemlich viel Comment-Blocks und hier gibt es auch Boss-Fights und also es ist ziemlich cool gemacht mit Game Mode Change. Ja, das ist echt cool. Neue Waffen und es ist ein komplett neues Spiel eigentlich. Also wir machen erstmal, wollen wir easy? Nein, komm, wir haben normal, oder? Okay, normal. Ja, guck mal, das bist du. Normal. Ja, ich weiß, das finde ich nicht cool. Okay, dann kommt ja in Tutorial Mode. So, äh, rules sind klar, kein Nichts-Craften, nichts kaputtmachen, nicht schicken und so weiter. Boss-Fight-Dame-Tutorial-Test, Press-Button when-Rate. Scheiße, da ist jemand drin. Da, da ist. Okay, ich hab noch drei Leben. Weil du mich vorhin geschlagen hast. Ich hab gar nicht. Okay, ich hab gar nicht. Okay, ich hab' ihn. Hä? Versteh' ich nicht. Ja, hier, man droppt auch, ähm, Dingensplatten, das ist ziemlich cool, um weiterzukommen. Okay. Okay, ich bin da. Ja, go, tu rein. So, ja. Äh, du kannst wieder rausmachen. Okay, ich nimm mal ein Buch da raus, ne? So, End of Tutorial, press this button to start your adventure. Warte, noch nicht. Ein Buch hab' ich mir schon genommen. Oh, guck dir den an. Der ist krass. So ne heftig. Ey, Luke, ist hier nicht auch... Okay, seid ihr ready, ready to rumbo? Nimmt sich jeder jetzt ein Buch, oder wie? Seid ihr ready für, für dieses Adventure? Ja. Let's get ready to rumbo? Warte, Captain... Best 1, Captain Elinor and your crew, ähm, is driving to Greno Island. Okay, wir fahren also zu Greno Island. Wir müssen das Schiff, äh, das Schiff, äh, protecten, also beschützen und die Threats eliminieren. Ja, dann lass uns das mal mal machen. Wir müssen Captain Hook töten und, ähm, bis zur Ankunft, äh, da bleiben. Okay, go, go, go. Did you read it all? Press again if you're ready for it. Lol. Wo bin ich? Alter. Ist stumm. Oh, jetzt bin ich hier. Warte, schluss. Wake up, we are being attacked by... Pirateship. There should be weapons and armor in the hull of the ship. Cheer up. Okay. Erstmal alle Sachen rausnehmen. Alter, wie geil. Ich hab'n Helm, wenn jemand braucht. Hier, hier, ist ein Ding. Jump in the water, swim to their ship, climb up the ladder and kill them all. Okay. Warte, will jemand noch ein Helm? That's my specialty. Okay, Lars, das ist deine Spezialität. Cool. Da. Hier in der Hose. Oh ja, danke schön. Ihr nehmt euch die Sachen. Gießen. So, okay. Ups. Ähm, ich hab' Schuhe, wenn jemand braucht. Ja, ich brauch' sie. Jo. Okay, ich hab' zwei Schwerter, also, kommt ihr mal her, ich kann hier Sachen rein. Ja, da sind ganz viele Schuhe. Also, hier, da liegen einmal. Äh, Hanisch, ne, hab' dir okay. Hallo, da liegen einmal Schuhe. So, ich bin, glaub' ich, ausgerüstet. Ja, ich auch. Ja, okay. Geh' hoch, ne? Was sind das? Ich bin dran. Okay, go, go, go. Go, go, go. Alter, wie geil, das gemacht ist. Alter, Kranke. Was geht? Wie heftig. Die Bomben. Also, wie gesagt, eine ziemlich coolere. Okay, wir müssen ins Wasser springen. Go, go, go. Alter, das ist geil, man. Woo! Äh... Ihr rettet sich, wer kann. Alter, das sch... Oh! Alter, ich wurde, ich wurde von einem Teil getroffen. Leute, ich hab' auch. Ey, ihr müsst unter Wasser bleiben, Leute. Alter, wie heftig's gemacht. Okay, aber das Geile ist, man behält seine Sachen. Okay, man muss unter Wasser bleiben, man muss echt unter Wasser bleiben. So. Okay, ich bin drüben. Ich noch nicht. Ja, ich bin auch am Weg. Captain Lou. I will wreck your little ship down to pieces. Okay, er wird unser... ... das Schiff in... ... in... ... in Stücke reißen. So. Peace, Leute! Tötet die Skelette! Du musst, du sind ganz schön stark. Alter, du bist ziemlich stark. Ich bin da! Ja, du musst alle töten. Alle töten! Oh, ja, ja, ja. Die haben auch so eine behinderte Rüstung. Nice run. Okay. Ah, da ist ein Kampf, wenn was geht. Wo sind denn hier noch welche? Okay. Okay, gesichert. Alle? Ja. Ich komme. Ich bin jetzt auch noch leid da unten. Nein, schon. Okay, da unten sind wir los und sowas. So, hier ist hier ist ein Schalter. Ich glaube, da müssen wir... Boss fight, Captain Hulk, press button when ready. Okay, noch nicht, oder? Oh, ja. Äh, ja, lass erst mal erforschen, oder? Ich bin jetzt einfach, ob ich noch was ist. Okay. Ich gehe mal hier hoch, ne? Verdammt. Okay, jetzt... Okay, da ist das krassgeil gemacht, nun. Ich glaube, dafür müssen wir, also die Tür kann man noch nicht öffnen. Der Drop bestimmt irgendwas, dass man das macht. Okay, bei diesem epischen Fight kommt das Minecraft-Musik. Okay, wir können es machen. Von mir aus. Okay, also, können wir das machen? Ja, alles klar. Ja, go, go, go. Okay, da ist er. Wo ist er? Boss fight, Captain Hulk, special ability, bodyguards. Oh, was das? Aua. Bodyguards, was heißt das? Oh, er bodyguards. Hä, ich bin... Erkämpft hier? Nein. Wir sind auch noch mal schwarzen drin. Okay, also, ich kann mich bewegen. Ja. Stimmt, ich kann dazu ihn wollten. Gehst du da auch gerade hin? Also, ich kann nicht sehen. Können mich kurz führen? Nee, wir können eigentlich gar nichts machen. Das ist, glaube ich, ein Buggy. Also, ich bin jetzt in der Wolke drin. Okay, deshalb was. Komm, was zur Unterbrechung? Wer wieder? Da, 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 da ist er. Very funny. Okay. Ich bin tot. Ja, boah. Wo bin ich jetzt? Geht, das ist relativ... Ah, ist das ja? Oh, der Back bei mir im Boden rum. Gib ihm. Gib ihm. Wuuuuh. Gib ihm. Lass ihn in der Ecke. Okay, hat gar keine Chance. Ich sehe nur die drei Schwerter. Okay, wir schubsen ihn in und her. Bam, er steht. Ja, Mann. Okay, erforscht. Okay, das war der erste Impost. Ich glaube, das wird noch schwieriger. Ah, use the disk on clip. Habt ihr ne Disk? Ich hab ne Disk. Ich nicht. Okay, dann. Gut, die Tür ist offen wieder. Oh, jetzt brennt's hier. Alter, wie geil. Das Schiff brennt jetzt hier. Ich hab zwei Nuggets. Oh, lol. Und... Ey, guck mal, das sinkt. Wie geil. Hier ist jetzt Wasser drin. Oh, das ist so cool gemacht. Ähm, ich guck... Alles brennt. Oh, wie episch ist das denn gemacht? Der hat die Welt nochmal kopiert und dann alles brennt gemacht. Okay. Leute, wir haben episches Schwert und Goldnugget bekommen, ne? Wer hat das Schwert bekommen? Das ist über der Box runtergefallen. Wo müssen wir jetzt hin? Wieder zurück zu unser? Oder wie war das? Nein, vielleicht haben wir... Ne, unser Schiff brennt auch. Questlock. Quest to revive... Thanks, Alun. Achso. Bei mir steht... Wrass of the Fallen. Ja, sei es die Map. Quest 1, Quest 2. Okay, okay. Leute, achso. Ey, lassen wir wieder zu unserem Schiff. Okay. Oh. Yay. Oh, das riecht ziemlich lecker, aber uns gibts gleich Essen. Wir essen wir fat wraps. Ja, machen wir uns. Das geben wir uns mal. Das geben wir uns. Alter, ey, nicht schlagen, bitte. Okay, das war ich nicht. So, hier unten sind Chess. Ah. Ah, das hier ist... Go get some sleep, I'll take us to Grano. Äh, to Grano. Aber... Da ist nichts Neues drin, ne? Ne, vielleicht. Okay, kann man hier irgendwo schlafen? Hier ist noch was drin. Hier ist ein... Knochen und so müssen wir mitnehmen. Da, mit denen kann man was kaufen. Ach, hier, da. Also, falls jemand noch Essen braucht, ne? Ich hab noch Essen. Ja, ich könnte vielleicht eigentlich... Wo bist du? Da. Ähm, okay, so viel hab ich auch nicht, aber ich kann jetzt zwei Hühn... Ne, zwei Hühnchen hab ich für dich. Und halt verrottet sich. Okay, Leute, ich glaub wir müssen hier hinten hin, oder? Warte mal. Ey, was ist das denn jetzt? Ich auch, ich auch, ich auch. Was sind wir denn jetzt? Immer noch hier. Wahrscheinlich ist er jetzt dahin gefahren. Warte mal. Trank der... Trank der Regenert. Braucht jemand einen Trank der Heilung? You just woke up, okay. Okay, Leute, wir sind hier angekommen. Okay, die Thron... Die Thron kann man nicht mehr öffnen, oder? Welcome to Grenor, Captain. Ähm, ähm... Thank you, Stelo. I rest here while my friends go meet... The Townfolks. Okay, Leute. Ähm, wir sind jetzt hier angekommen. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Hier machen wir nächstes Mal weiter. Haut rein, Leute. Tschüss. Peace, Leute. Heute, da sind wir wieder mit Minecraft at Ventimals. Folge, was weiß ich, ähm... Schieß mich tot und pack dir die Hosen und so weiter. Wir sind hier noch auf dem Schiff, müssen Crashs-Scheid erfüllen. Things are looking strange at Grenor. Maybe the major will be able to explain. Ähm, also... Hier, damit war es schon. Da sehen komisch aus, in Grenor, und wir sollen... Da hinten ist hier, Mann. Major gehen. Und der kann uns direkt besitzen werden. Wir sollen die Townholt besuchen. Hilfe, 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 der Eisenrüstung. Major führen. Ah, Hilfe. Ups, ich bin's Wasser gefallen. Scheiße. Hey, ich bin auszusehen, was bin ich gefangen. Aua. Okay, Junge. Was ist denn erstens... Oder, was sind das denn? Hä, ach so, ich kann... Alter, wie wird der mitzumacht? Keine Heu oder so. Hey, ich glaube... Ich bin jetzt im Wasser gefangen. So. Äh, du musst wieder hochkommen, ne? Du weißt... Ja, geht nicht. Das Schiff ist überall zu. Leil, wofür braucht man den Kolben? Egal. Wollte ich dir die Kolben geben? Nö, als letztes. Greenhouse, Lil Pop, okay. Ey, ich kann hier nicht mehr rauf. Warte, ich guck kurz mal, was. Ah, doch, warte. Ah, gut, hier war es. Ja, so leider haben wir nicht mehr mitbekommen, was die... Aber wie soll ich hier jetzt hochkommen? Oh, fuck, Luke. Was denn? Was denn? Hilf mir. Ich glaube, ich muss sterben, weil ich komme andersher nicht hoch. Hilf mir. Ja, ich kann schon ein bisschen. Ey, ich glaube, ich muss sterben, ich komme nicht andersher nicht hoch. Nicht so gut, Lars. Ja, egal, dein tp-n-willig gleich. Warte ich tp-dich zu mir. Das bringt... Ach, puh, dankeschön. Hä? Hä? Was denn? Wir sind wie jetzt gefragt. Okay, wo was? Scheiße. Wo seid ihr? Hier. Ihr habt ja, ihr seid zu drohen. Soll ich jetzt mal? Ich bin da reingeflogen. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 spring mal. Warte, 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 geh mal weg. Lars, geh mal hier hinten. Oder so. Hä? Hast du es nichts gemacht? Achso, ja. Dankeschön. Lol, achso. Geht auch. Ja. Ist hier irgendwas? Nee, da waren nur ein paar Tränke, also zwei. Da, einer. Und hier? B ist, glaube ich, gar nichts. Mal gucken. Nee. Was kann der Dorfbewohner? Welcher? Oh. Stärke, zwei. Beauty lies in the hand of the beer hole. Da waren ja auch noch. Hier ist Bier. Oh ja, Bier ist schon. Zwei Rotten Flesh und drei. Genau.